Die Downhill Strecke Und letzte Abfahrt, ich bin super kaputt Vermute mal so 15, 16 Abfahrten haben wir heute gemacht Wirklich alles durchgeprügelt, was wir gefunden haben Und mal rumgefragt, ob irgendwas fehlt Ich bin super kaputt Fies, ne? Da fehlt dann einfach die Kraft Unwünstlose hier Hier haben sie aufgemacht, schön Aufpassen, dass man die Leute außer A-Line nicht gegen jetzt Hier sind wir nicht langgefahren, wir sind da langgefahren Wo wolltest du jetzt lang? Wolltest du die A-Line weiterfahren oder die Downhill? Ich würde tatsächlich gerne die Downhill mal fahren, weil die so schön schnell ist Wir können sie aber aufblüten einfach Ich bin super kaputt Ich bin super kaputt Wenn sie nicht überlebt sind, wäre es sehr trocken Ich bin super kaputt Ich bin super kaputt Eiei, Eiei, Eiei 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 Es sieht irgendwie an, als wenn die Kette ab wäre, aber na gut. Dann rollen wir einfach weiter. 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 Dann rollen wir einfach weiter.